So, Make-Up of the Day ist heute der Star von Unique. Wurde nachgefragt, kannst du damit nicht mal so schnell wie möglich einen Schminkie machen? Weil viele von euch die auch richtig gut fanden. Ich finde diese Verpackung, finde ich, einfach nur genial. Gut, den Spiegel, für mich hätten sie sich hinsparen können, weil ich kann ohne Brille da eh nichts drin lesen, äh, sehen, Entschuldigung. Aber an sich wollte ich mit euch zusammen die Palette jetzt nochmal ausprobieren, damit ihr sehen könnt, wie sie performt. Ich habe ein bisschen Lidschatten-Base drunter. Habe ich von Urban Decay drunter gemacht. Und dann fange ich jetzt einfach mit dem hellsten Ton an. Sieht jetzt völlig unspektakulär aus, ne? Aber ich zeige euch mal, warum ich den gar nicht so unspektakulär finde. Weil der nämlich eine wahnsinnige Deckkraft hat. Also so kleine Ederchen. Ich hole euch immer einmal ein bisschen näher ran. Guckt euch mal bitte schön an, was der für Ton für eine Deckkraft hat. Ne? Kleine Ederchen und so weiter sind super abgedeckt. Mag ich unheimlich gerne. Gefällt mir richtig gut. So, dann fangen wir mal an mit dem langweiler Braun, wie ich es hier immer so gerne sage. Ich liebe meine langweiler Braun-Töne. Die Farben haben übrigens keine Namen. Die Palette nennt sich Humble. Und ich hatte es eben schon im YouTube-Video gesagt, dass der, oder die Pigmentierung der Farben so extrem ist. Also das ist kein Spielkram für Anfänger. Das ist schon, man sollte schon ein bisschen bewandert sein mit Verblenden und so weiter. Aber ansonsten wird es anstrengend, weil die sind nicht mal eben so ausgeblendet, so rucki-zucki und so weiter. Sondern da musst du schon ein bisschen Geduld mitbringen. Wirst aber belohnt, dass das den ganzen Tag wirklich hält. Den ganzen Tag super hält. Da verändert sich gar nichts, so wie du es aufträgst. So bleibt das Ganze auch bis abends. Finde ich richtig toll. Und mir gefällt hier einfach diese Zusammensetzung so schön. Und hier seht ihr nochmal mit dem Verblenden. Also das ist nicht einfach so 2, 3, 4, 5 Mal drüber und zack, fertig, ist der Hund. Da musst du schon öfters drüber. Aber mich stürzt nicht. Ich weiß es ja. Aber wie gesagt, ich werde dafür belohnt, dass ich eine extrem lange Haltbarkeit dieser Palette habe. Und dass die Farben einfach auch über den Tag so bleiben. Das ist richtig, richtig gut. Und gefällt mir richtig klasse. Übrigens, unbezahlte Werbung. Das Ding habe ich mir selber gekauft. Das Ding habe ich mir selber gekauft, wo ich das gekauft habe. Blendendig, wollte ich schon sagen, verlinke ich euch unten. In der Beschreibung. Weil mir die Farbkombi und die Verpackung einfach so super gut gefallen hat. Mag ich einfach super gerne. Und durch diese hohe Pigmentierung und diese lange Haltbarkeit ist das für meine Schlupfis das Optimum. Finde ich richtig gut. Jetzt kommt hier der dritte im Bunde. Dieser wunderschöne, ich sag mal, Kaki Moosgrün. Ich weiß nicht so genau, wie ich es beschreiben soll. Ihr seht das auch. Ist ein Hauch von Schimmer drin. Finde ich einen wahnsinnig schönen Ton. Mag ich unheimlich gerne. Ich glaube, ob Single getragen habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Finde ich richtig schön. Gefällt mir richtig klasse. Finde ich eine tolle Dreierkonstellation. Mag ich unheimlich gerne. Und weil ich das Grün so schön finde. Ich finde ich die richtige Farbbezeichnung dafür. Moosgrün. Ja, hoher Grün. Ich weiß nicht. Habe ich mir das gleich am unteren Wimpernkranz hingemacht. Also nicht auf die Wasserlinie. Da wurde auch ganz, ganz oft nachgefragt. Sondern bitte immer am unteren Wimpernkranz. Also praktisch so einen Millimeter unter deine Wimpern setzen. Dann hält das auch den ganzen Tag. Und verläuft die auch nicht. Finde ich richtig gut. Nee. Summa summarum, muss ich sagen. Hat mir die Palette gut gefallen. Jetzt kommen wir nochmal zu dem hellen Ton. Erst dachte ich, ja gut, es ist ein Ton, der wahnsinnig gute Deckkraft hat. Ein Hauch von Schimmer da drin hat. Und die Deckkraft ist so gut, dass du selbst am hinteren Augenende, sage ich jetzt mal wieder mit meinen Worten. Wenn du hinten mal wieder ein bisschen zu weit über das Ziel hinaus geschossen hast, kannst du hier die Farbe nehmen und kannst da einmal ein Stück Concealer. Kannst hier hinten einfach einmal lang gehen und die Kante einfach korrigieren. Das finde ich ganz grandios. Das habe ich bis jetzt in noch keiner Palette gehabt, dass da so ein Ton drin war, mit dem ich so schön in Augenwinkel und Außenwinkel und so weiter aufhelle. Und der so eine Deckkraft hat. Ja, von Avon habe ich hier die Genius Lash. Die finde ich richtig gut. Und ich finde das einen schönen Tageslook. Der ist herbstlich. Der ist einfach. Der ist schlupflig gerecht. Und ich mag das einfach. Also die habe ich richtig in mein Herz geschlossen. Die kleine finde ich richtig gut. Zum Schluss geht einfach nochmal mit einem richtig schönen weichen Pinsel nochmal ganz über die Kanten drüber. Und trotz Faltenlage finde ich, ist das eine wahnsinnig schöne Palette, die unglaublich gut performt auf dem Auge. Mag ich gerne. Freue ich mich. Herzlich willkommen. Kleine Unique Palette bei Mutti in der Sammlung. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und wenn dir das Ganze hier auch gut gefallen hat, dann folgt mir doch ganz einfach. Habt einen schönen Tag.